Moin aus Lea, heute geht es um die elektrische Heizungsregelung und luftfeuchte Steuerung mit HOMATIC API. ELV, kompetent in Elektronik. Dazu brauchen wir eine Schaltsteckdose, könnte auch ein anderer Schaltaktor sein, da zähle ich gleich noch etwas zu, und einen Wandthermostat. Ja, was ist so spannend an diesem Thema? Einfach das Simple, wie man es machen muss. Und das ist eben, was viele nicht sofort begreifen. Man sucht immer umständlich eine Gruppe zu bauen, man will irgendwelche Automatisierungen erstellen. Das ist alles gar nicht notwendig. Nämlich, ihr müsst die beiden Produkte in der App nur anlernen und dann ein paar Schritte richtig durchführen, weil dann ist das Ganze schon fertig. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch durchführen. Ich habe die App dafür mal vorbereitet. Wir haben den Standard-Homescreen, ich habe den Access-Point eingescannt für euch. Das ist jetzt kein Geheimnis. Wir können natürlich auch mit einer bestehenden Installation weitermachen. Gehen dann unten auf den Bereich mehr. In meinem Bereich ist alles leer noch. Geräte anlernen und lernen uns jetzt die beiden Komponenten an. Komponenten sind ja immer drei Minuten im Anlernmodus, nachdem ich die Batterien eingelegt habe. Dadurch, dass ich das jetzt schon von reinem Weichen gemacht habe, sind die Produkte jetzt erstmal nicht mehr am Blinken. Das kann man nämlich hier erkennen. Das ist gleich jetzt ein kleiner zweiter Tipp. Hier würde eigentlich immer die LED blinken, wenn das Produkt im Anlernmodus wäre. Ich kann das aber auch jederzeit wieder aktivieren. Also bei einer Schaltsteckdose zum Beispiel wieder rein- und rausstecken. Oder halt eben auch die Taste am Gerät drücken. Das mache ich und ihr seht, aha, das Gerät taucht in der App auf. Jetzt brauche ich die SG-Tin. Die findet ihr ja immer auf dem Gerät aufgedruckt, auf dem Karton oder als Aufkleber beiliegend. Ich habe mir das mal schon vorher notiert. Das ist bei mir die A244. Gebe ich in der App ein und jetzt sendet das Produkt nach kurzer Zeit wieder seinen Inclusion Request. Das heißt, er leuchtet hier nochmal kurz auf. Und ich werde aufgefordert, einen Raum anzulegen. Hätte ich bestehende Räume jetzt schon gehabt, werden die natürlich dort auftauchen. Das kennt ihr schon. Wir legen uns jetzt mal einen neuen Raum ein. Und ich nenne den mal ganz simpel Wohnen. Bestätigen wir mit OK und dann geht es mit Weiter schon weiter. Ein Gerätename wird vorgeschlagen. Entschuldigung. Der heißt Wandthermostat. Das lasse ich einfach mal so und gehe dann einen Schritt weiter. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt für unsere Regelung gemacht. Es ist jetzt egal, ob wir von der Hygrostatregelung oder Raumluftfeuchtesteuerung sprechen oder von der elektrischen Heizungsregelung. Der Weg ist immer bis hierhin total gleich. Nächster Schritt ist, ein weiteres Gerät anzulehren. Jetzt brauchen wir einen Schaltaktor. Der Schaltaktor ist in meinem Fall hier eine PSM, also eine Schaltmesssteckdose. Könnte auch eine Schaltsteckdose sein. Könnte auch ein Unterportschaltaktor sein. Könnte ein Hutschinen-Schaltaktor sein. Das ist im Grunde genommen ganz egal. Wir brauchen ein Produkt, das einen elektrischen Verbraucher schalten kann. Also einen 230 Volt Stromkreis schließen kann und damit dann zum Beispiel einen Lüfter für meine Luftfeuchtesteuerung, um das Beispiel wieder aufzunehmen, oder eine Heizung steuern kann. Steckdose nehmen, in die Steckdose einstecken, das Produkt mit Spannung versorgen und nach kurzer Zeit sendet auch dieses Produkt dann einen Inclusion Request, wie es heißt im Fachjargon und taucht in meiner App auf. Auch hier habe ich mir die Nummer notiert, das ist die A1B2. Bestätigen wir kurz mit, und dann taucht das Produkt nach kurzer Zeit auch in der App auf. Warten, da ist meine Bestätigung. Kommt auch in den Raum wohnen. Jetzt kommt nämlich die Magie an der ganzen Geschichte, wie ich so schön sagen schlege manchmal. Nämlich, ihr müsst nur beide Produkte in denselben Raum legen, damit die Verknüpfung geschrieben wird. Das ist genauso wie bei der normalen Heizungsregelung. Also wenn wir konventionelle Flächenheizkörper haben, dann legen wir auch beide Produkte in einen Raum. Und das machen wir hier halt auch. Wir gehen wieder auf den Raum wohnen und weiter. Nennen lassen den Namen Schalt-Mesh-Steckdose. Und jetzt kommt das Einzige, was wir beachten müssen. Wir wollen ja Raumklimaregelung machen oder Hygrostatsteuerung. Deswegen wählen wir hier oben Raumklima aus. Nicht wie wir es sonst bei Schaltsteckdosen kennen, Licht oder zum Beispiel Sicherheit. Nein, wir wählen Raumklima aus. Und schaltet Elektroheizung oder Luftentfeuchter in Kombination mit einem Wandthermostaten. Den Wandthermostaten haben wir angelernt. Also klicken wir auf Weiter. Ein weiteres Gerät brauchen wir nicht anlernen. Wir können das Ganze jetzt mit Fertig bestätigen. Und wenn ich jetzt auf Home gehe, seht ihr schon, ich habe meinen Raum wohnen. Ich habe die 17 Grad jetzt eingestellt. Ist Temperatur ist 18 Grad. Ja, ihr seht, es ist hier nicht so warm in unserem Videoraum. Aber das ist ein anderes Thema. Ich versuche es uns hier mal ein bisschen wärmer zu machen. Also gehen wir auf den Raum rauf, drehen die Temperatur einfach mal hoch. Ich sage mal, komm her, gib ihnen richtig 30 Grad und gehe auf zurück. Nach kurzer Zeit wird der Wandthermostat jetzt ein Einschaltbefehl an die Schaltsteckdose schicken. Ihr seht, es ist hier eingeschaltet worden. Das kann man an dem kleinen grünen Licht hier sehen. Ich kippe es mal kurz. Schaltsteckdose ist eingeschaltet worden. Dazu jetzt etwas, was sehr wichtig ist bei dem Ganzen, ist, wenn ich jetzt hier wieder auf Raumklima gehe und hier die Temperatur runterstelle, angenommen vielleicht sogar nur auf 9 Grad und gehe auf den Raum, kann ich hier kippen. Und wir würden auch eine ganze Weile warten können. Es wird nämlich nicht sofort ausgeschaltet. Warum ist das so? Es ist so, dass wir beim Einschalten der Schaltsteckdose keinen Einschaltbefehl im eigentlichen Sinne schicken, sondern einen Einschaltbefehl mit einer Einschaltdauer. Es wird eine Einschaltdauer von 5 Minuten an das Gerät übermittelt, damit, sofern der Schaltaktor, der Wandthermostat, keine Batterien mehr hätte, die Schaltsteckdose trotzdem ausgeht. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature. Und daher wird einfach 5 Minuten Einschalten gesendet und die Schaltsteckdose schaltet nach 5 Minuten automatisch wieder aus. Und jetzt kommt das sofern nicht alle 3 Minuten vom Wandthermostat ein neuer Einschaltbefehl kommt. Bedeutet, also wir haben 5 Minuten eingeschaltet, nach 3 Minuten kommt ein neuer Einschaltbefehl und dann geht das immer so weiter. Das heißt, die Schaltsteckdose bleibt dauerhaft ein, außer wir stellen keinen neuen Einschaltbefehl, weil, wie in meinem Fall, die Ist-Temperatur größer ist als die Soll-Temperatur. Das heißt, es soll ja nicht mehr weitergeheizt werden. Oder der Wandthermostat ist aus irgendwelchen Gründen defekt. Es könnte batterieleer sein, es könnte runtergefallen sein, was auch immer. Aber dann kommt ja kein neuer Einschaltbefehl und dann geht die Schaltsteckdose aus. Ansonsten könnt ihr ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, von der normalen Heizungsregelung für Flächenheizkörper oder Fußbodenheizung Zeitprofile hinterlegen, einfach über mehr Heizprofile. Ihr könnt in der Raumklimakonfiguration Einstellungen durchführen. Alles genau wie bei der normalen Heizungsregelung, nur jetzt halt für die elektrische Heizungsregelung. Beenden wir dann das Thema elektrische Heizungsregelung und jetzt kommt der weitere Teil meines Smart-Hacks. Ich möchte euch ja die Luftfeuchtesteuerung noch zeigen. Und der ganze Teil, den wir bislang durchgeführt haben, ist dort eins zu eins identisch. Das Einzige, was ihr jetzt tun müsst, ist zu gehen auf mehr, dann landet ihr in diesem Menü, auf Raumklimakonfiguration. Dann auf die Raumkonfiguration. Da wir jetzt hier nur einen Raum haben, ist es relativ einfach. Wir gehen ins Wohnen rein. Und jetzt sehen wir hier schon ganz unten in meinen Bereichen, die ich hier auswählen könnte, habt ihr Schaltaktoren im Hygrostat-Modus. Das wählen wir aus und können dann sagen, Thermostat für Elektroheizung weg und Thermostat-Hygrostat-Modus für Luftfeuchte. Fertig. Und in dem Moment taucht hier unten eine Feuchtigkeitsgrenze auf. Und die könnt ihr dann einstellen. Ab wann soll die Schaltsteckdose einschalten? Wenn es zum Beispiel zu feucht im Raum wird. Also der Wandthermostat misst zu feuchte Raumluft. Und die Schaltsteckdose schaltet ein und schaltet einen Lüfter, der dann trockene Luft von außen oder von irgendwo in den Raum pustet. Kurz wieder mit fertig bestätigen. Ja, ihr seht hier, es gibt hier noch viele andere Parameter. Wenn euch diese zum Beispiel interessieren, haben wir spannende andere Videos schon gemacht. Tolle Videos, die ihr in unserem Kanal findet, den ihr jederzeit abonnieren könnt über die Glocke. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, die gehen dann natürlich auch in die Kommentare. Wir lesen da immer mit und beantworten euch gerne eure Fragen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Freude an diesem Video. In diesem Sinne, bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.